So und dann brauchen wir noch, ich schaue mal nach, ja das lasse ich gleich mal hier, das denke ich mal genügt, wir brauchen noch Zäune und Rahmen, dann werden wir uns jetzt erstmal, ne dann kann ich das wieder weglegen, ja ja doch, Zäune, ja, dann werden wir uns jetzt erstmal um die Zäune kümmern und dann müssen wir dahin, falls wir da nämlich noch was in die Maschine kloppen müssen, wonach es denn nicht aussieht, ach so ne, hier, ich bin wieder im Bilde, da haben wir 19 Stück, ja das ist noch nicht so viel, da ist nichts drin, da sind Rohstoffe drin, ok, ja gut, dann schauen wir mal, die Zäune, aus was werden die gemacht, aus Eisengehäuse, Platten, Gehäuse, ne, Gehäuse, ja wie auch immer, die werden dann ausgezogen, ok, Eisengehäuse, Platten oder, oder Eisengehäuse, wie auch immer, Kupfererz, wo sind die denn, hä, ich dachte das wäre hier gewesen, doch nicht, oh da, Gehäuse, ok, Zinn, mh, aus Eisen haben wir also keine, gut, dann müssen wir welche bauen und das geht aus Eisenplatten, die Eisenplatten müssen ausgewalzt werden, ok, wir brauchen Eisenplatten, ähm, davon, da sind Platten, wieso ist das alles so durcheinander, ich kenne mich doch gar nicht mehr aus hier, Stahl, Stahl, Eisen, wir nehmen mal so viel mit, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da hier rauskriegen, ähm, stecken wir die mal schnell zum, zum Walzen, bevor es komplett dunkel wird, und dann legen wir uns hin und morgen kriegen wir die dann, ach so, nee, das muss umgestellt werden, ja, kommt das rein, die Hälfte hier von, ah, Moment, halt, ich hätte erst umstellen müssen, so, und der Rest dahin, na, schauen wir mal, was wir kriegen, so, jetzt aber erstmal ab ins Bett, und dann haben wir die Gehäuse, ach, hier muss ich ran, so, ok, und die, ach so, Moment, ich kann ja gleich da bleiben, ich kann ja dann die, ähm, die Gehäuseplatten, kann ja dann gleich wieder reinstecken, ich muss halt nur umschalten, dass die dann ausgezogen werden und nicht mehr gewalzt werden, ja, aber dazu müssten sie erstmal alle durchlaufen, und das, äh, das Eckstück ist ja noch nicht so viel, oh, heißt das, wir haben keinen Strom, ach, komm, ja gut, wenn kein Wind weht, ne, ja, das ist natürlich Pech, gut, wir müssen warten, ich gehe mal nach oben, und schaue mal nach, ähm, umwieweit das dann tatsächlich stimmt, aber der Rotor ist ja noch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein ganz neuer ist, ach so, jetzt dachte ich gerade, da steht eine Kuh oder so, aber, ne, das ist ja nur das Kabel, und ich habe mich dann gewundert, warum hier oben eine Kuh steht, Wind zu schwach, ja, der Rotor ist so eine Hälfte ungefähr verbraucht, ja gut, wir müssen einfach warten, ja, schade, da kann ich halt nicht bis ganz hinsehen, ja gut, nutzt nix, wir müssen eben warten, bis wir wieder Wind haben, in der Zwischenzeit, na los, runter da, in der Zwischenzeit, was könnten wir da machen, dann bauen wir halt die Dinger hier, wäh, 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 nicht so, nicht so freilich, ja so jetzt, Ja gut, ich hätte mich von da oben auch gleich wegziehen können, naja egal, so was haben wir denn hier, achso ja da haben wir ja immer noch genau so viel, ja weiter keinen Wind und damit auch keinen Strom haben, gut dann lassen wir das hier alles machen, ach ja doch Rahmen brauchen wir noch, genau, ok gut dann ab ins Lager und wir bauen noch ein paar Rahmen, da kriegen wir heute doch nicht mehr so viel hin, aber das macht nichts, dann ist das halt so, so Rahmen, da haben wir ja auch vor einiger Zeit viel gemacht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ja genau, da ist noch was drin Leder, das hier, so Dann bauen wir nochmal eine Menge Rahmen und dann können wir gleich nochmal neue Stöckchen herstellen So Erstmal ein paar Rahmen, das sind natürlich zu viele, aber das macht ja nichts Gut, wozu, äh, woheraus machen wir jetzt Ähm, das, ja ich nehme, ich glaube ich nehme das Druck aus, oder? Ach, wir machen mal ein bisschen Abwechslung Ja, das reicht doch So viele brauche ich da jetzt auch nicht So, erstmal Ähm, sowas hier Soll mal genügen Und dann hier draus Ja, da kriegen wir auch so Achso, wir haben keinen Platz mehr Ähm, ja Dann machen wir das halt so Das da oben kann auch wieder weg Ja, kommen wir eben mal da hin Ist halt jetzt ein bisschen umständlich Aber egal Ne, da haben wir noch Platz gehabt Ja, das Inventar wird ja auch leerer Ähm, Moment Ah, warte, was kann ich denn? Ne, das geht nicht Die Kiste offen lassen und Äh, und was bauen Das geht dann leider nicht Moment, ey, wenn ich jetzt das nochmal mache Dann wird, ah, da wäre jetzt sogar noch ein Platz Frei, okay, so Dann können wir noch mehr Stöcke Ja, gut, ich würde sagen Das reicht ja erstmal wieder für Stöckchen Dann kommt der Rest wieder da rein Ich wusste jetzt nicht, dass das so ergiebig ist Ja, okay So, was machen wir jetzt? Schauen wir nochmal Ob, äh, denn schon wieder ein bisschen Wind geweht hat Ähm, obwohl das andererseits auch nicht so wichtig ist Ich würde halt gerne jetzt vermeiden Na, noch in dieser Folge anzufangen Aber ein paar Minuten haben wir halt noch Zeit Dann können wir in der Oder könnten wir in der nächsten Folge richtig Na, glatt anfangen Erstmal die hier machen Boah, wir brauchen davon ziemlich viel, ja Deshalb ist es auch sinnvoll Erstmal die hier zu machen Komm, wir schauen nochmal zum Zum Dingsbums Zum Experimentierlager Ob da schon wieder Wind weht Wir könnten Ah, mein Gott, er schon Wir haben doch da auch was Aber auch da müssen Ja, da könnte noch ein bisschen Energie da sein Oh, der steht aber auch Also wahrscheinlich weht da auch kein Wind Der ist der Kompressor Was haben wir denn hier? Aha, da ist der Metallformer Da haben wir nur einen Aber der hat Der hat noch Energie Okay, gut Dann könnten wir da zumindest schon mal anfangen Schauen wir mal Aber dann Wenn auf dem einen Rotor kein Wind drauf ist Dann ist da auch keiner Ja, dann weht da auch nichts Ah, ist halt schade Aber gut Ich nehme mal hier Die Platten raus Ja gut Zu mehr hat es eigentlich gereicht Dann packen wir das mal da rein Und wenden Die Energie auf Die da noch drin ist Naja Und ansonsten Was könnten wir denn noch machen So auf die Schnelle Ich würde es echt gerne vermeiden Jetzt noch anzufangen Warte mal Ich muss schauen Ja, das ist richtig hier Hm Hiermit war ja auch noch was Das hat auch irgendwie Nicht so ganz funktioniert Oder lag das daran Dass zu wenig Strom da war Wenn da jetzt Jetzt ist der Strom drauf Aua, oh Jaja Ich kriege was ab Wenn ich jetzt hier außen rum gehe Ach, da sind diese Dinge Da im Boden dran Ja, das Aua Uäh Ich muss ja weg Das haut ja richtig rein Ich habe gerade erst gesehen Ähm, ja, gut Dann will ich mal schnell Wieder was essen Ich schalte das gleich wieder aus Das ist dann nur dafür gedacht Dass das dann läuft Wenn es Nacht ist Hier kriege ich aber noch Nichts ab Oha Da schon Ja, okay Ja, jetzt hör doch auf Ich bin ja schon weg So, schnell noch was essen So Ähm, wie sieht es aus? Der Rotor Dreht sich immer noch nicht Aber hier ist doch ziemlich viel Energie Ja, aber wir brauchen ja noch mehr Wir müssen jetzt erstmal die Gehäuseplatten bauen Oder halt walzen lassen Und dann diese ausziehen Um Zäune draus zu kriegen Was haben wir denn da vorne eigentlich? Der Schredder Wir haben hier zwei Schredder Und dann haben wir kürzlich erst Oh, guck mal hier Einen zweiten Kompressor dazu gebaut Da haben wir ja auch noch was Aber da nicht mehr Okay, gut Ja, bringen wir mal die Carbon-Sachen weg Ich will halt jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen Weil ich nicht mehr anfangen will Jetzt in der Folge Aber irgendwas Sinnvolles tun Wäre ja schon Gut Okay, da haben wir noch Rotoren auf Vorrat Ja, gut Die Rotoren haben wir ja Na, wir brauchen Wind Und so wie es aussieht Haben wir da immer noch keine Wind Ja, gut Da haben wir halt gerade Flaute Was hatte ich denn da an Messgeräten hier? Das ist für Stromleitungen Da dürfte ja dann auch kein Strom mehr fließen Da fließt nichts durch Aber das war ja auch zu erwarten Achso, ne, Moment Ich muss mal Ne Ah doch, jetzt kann ich Guck mal hier, da ist doch Da ist doch alles voller Energie Warum denn das? Das ist ein Transformator Herbert, da ist alles voller Energie Warum fließt die nicht raus? Da müsste doch in die Öfen Energie fließen Wenn da was da ist Irgendwas stimmt da nicht Angeschlossen ist das Ding ja Das ist ein Energiespeicher Okay Und der transformiert Ähm Von 512 runter auf 128 Und der Auf 32 runter Ah, okay Ja, und der hier Liefert 512 Achso, der liefert 512 Dann müsste ich ja den dort anschließen Deshalb funktioniert das nicht Wenn ich den jetzt aber abbaue Dann ist die Energie auch weg Wir müssen ein Kabel anschließen Ja gut, basteln wir mal ein bisschen mit Kabel rum Und dann gehen wir noch einmal ins Bett Und dann schauen wir mal, was geschieht Wenn ich da ein Kabel anschließe Nicht, dass alles in der Luft liegt Dann haben wir für demnächst wieder was zu tun Ähm 512 Nee, das ist zu wenig Kupfer Auch nicht Isoliertes Kupfer Nee, was brauchen wir denn da für Kabel? Gold? Ah, Gold, okay Zweifach isoliertes Goldkabel Okay, wir nehmen mal das da Aber jetzt erst noch mal ins Bett So, ja, die Nacht hat gerade angefangen Vielleicht haben wir jetzt ja auch wieder mehr Wind Wir hatten auch letztes Mal auch schon den Tag 3700 Wieso kommt der jetzt zweimal? Verstehe ich nicht Naja, egal Wichtig ist, dass Tag geworden ist So, wir haben immer noch keinen Wind Nee, Moment, ich will da ja Kabel hinsetzen So, und jetzt Tut sich da erstmal rein gar nichts Okay Ähm Ja Das war dumm Gut Ich glaube, ich muss da erst noch mal wieder ein bisschen Oh, komm ey Ist da so viel kaputt? Ich muss da erstmal wieder Theorie machen Ach, ja Das machen wir aber nicht jetzt Jetzt habe ich was gebaut Was haben wir denn im Inventar? Nee, nichts mehr Alles kaputt gegangen Ach, komm ey Ja, gut Nee, ich lasse das jetzt so Also ich werde es schon wieder reparieren Aber Ich gucke jetzt doch mal nach da vorne Also liegt da noch irgendwas rum? Nee Ich nehme das mal alles raus hier So Ja, da haben wir noch ein bisschen was Äh, da sollte ja alles reingelaufen sein Das ist ganz weg Nicht hier Ja, okay, so Und da ist auch nichts mehr Ja, okay Dann ist da erstmal alles weg Dann verlagere ich jetzt mal die Produktion nach da vorne Und dann machen wir auch gleich Schluss Ich räume das dann nur noch da ein Und dann müssen wir uns beim nächsten Mal auch darum noch kümmern Nee, du kommst da jetzt auch So Ähm, das muss Nee, war es hier Ja, genau Das war hier Ähm Da, genau Gehäuseplatten Und da haben wir welche drin Da packe ich jetzt mal die dazu Das kann wieder da hin Oh ja, da habe ich ja ein bisschen Erde Die kann ich ja auch gleich wieder hinlegen Das Kabel lasse ich mal da drin Zur, ähm, zur Erinnerung Und zur Mahnung Hm Ein bisschen Erde können wir schon wieder Auffüllen Ja, ich bin schon wieder voll am Überziehen Aber ist das egal Da unten hat was gefehlt Und der könnte sein, dass der jetzt in der Luft hängt Nee, tut er aber nicht Okay So, hier bräuchten wir nochmal ein Stück Erde Ich will aber Erde haben, keinen Sand Obwohl das hier ganz gut hinpassen würde Aber ja Gut, dann hätten wir das Die Kisten sind auch noch da Ähm, Kabel brauchen wir aber auch noch Was ist denn das für ein Kabel hier? Das ist das einzige, das noch da, oder? Ja, das ist das Goldkabel Nee, Moment Ich schau mal Ach, ich komme gar nicht wieder zum Schluss machen Isoliertes Zinnkabel Ja, ich muss bald Schluss machen Okay, dann kümmern wir uns das nächste Mal da drüber Isoliertes Zinnkabel Ich stelle mich da unten hin Und dann machen wir beim nächsten Mal dort direkt weiter Äh, dass wir uns um die Kabel kümmern Dass wir eben das noch machen Und dann Ja, wir sind noch ein bisschen hier Ich will mich ja jetzt um das kümmern So, liebe Leute Ähm, dann mache ich hier Schluss Und, ähm, beim nächsten Mal Geht es halt weiter mit diesen Kabel Und dann kümmern wir uns noch ein bisschen Um den Schaden hier Und so nach und nach Bauen wir dann auch die Sachen in der U-Bahn hin Ja, und damit Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüüüss